Liebe Zuschauer, liebe Bernd, ich zeige Ihnen jetzt die absolute Sensation bei EasyPaint Pro. Und zwar den einzigartigen Eckenpainter. Damit streichen Sie in 90 Grad Winkeln beide Seiten gleichzeitig, weil sich der Painter den Ecken nahtlos anpasst. Einfach hier oben ansetzen, super. Und perfekt und einwandfrei, die sonst so schwierigen Stellen einfach streichen. Ganz einfach, absolut kantengenau und sauber. Wie gewohnt in einem langen Zug. Das kann wirklich nur der sensationelle Eckenpainter. Ein Traum für jeden Hobbyhandberger. Super, Wahnsinn. Und noch einmal der Rollenpainter. Er sorgt dafür, dass Sie am Fuß der Wand streichen können, ohne dass der schöne Boden etwas abkriegt. Schauen Sie sich das an. Die Farbe ist wirklich nur dort, wo sie hingehört, an der Wand. Sie verlieren hier nicht einen Tropfen Farbe. Das kann wieder nur EasyPaint Pro. Sockelleisten und Abschlusslatten sind für den Mini-Painter kein Problem. Einfach drüber streichen und ohne einen Tropfen an die Wand zu bringen, mit dem Mini-Painter streifenfrei vollend. Super. Sie sehen, EasyPaint Pro. Einfach die beste Lösung, weil es einfach ist und schneller geht. Dank dieser Anstoßkante streichen Sie mit Ihrem Mini-Painter sogar Fenster, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass der Lack versehentlich auf dem Glas landet. Sehen Sie, der Abstand zum Glas wird gewahrt. Einfach ansetzen und wie immer bei EasyPaint Pro in einem Zug völlig problemlos streichen. Einfach und gleichmäßig. Das macht Ihnen das Leben wirklich leichter. Genauso easy können Sie zu Hause Ihre Fenster streichen. Und zwar ohne lästiges Patzen und ohne mühsames Abdecken und Abkleben. Türen sind eine besondere Herausforderung, weil Ihnen unzählige Ecken, Kanten, Rundungen und Dichtungen das Leben ziemlich schwer machen. Mit dem Eckenpainter kein Problem. Und erst der Rollenpainter, der spielt auch hier wieder seine Stärken voll aus, weil es einfach ist und schneller geht. Der Rollenpainter streicht, ohne die empfindlichen Türdichtungen mit zu streichen. So bringt EasyPaint Pro wirklich Farbe ins Leben. Mit dem Mini-Painter dann einfach fertig streichen. Einfach und fantastisch mit dem EasyPaint Pro, da kann wirklich jeder seine Türen selber streichen. Hier auf dieser Latte vom Zaun will ich Ihnen zeigen, dass man mit dem EasyPaint Pro auch alle Arten von Lacken, Farben oder Firnis verarbeiten kann. Immer haben Sie mit einem Strich ein gleichmäßig deckendes Ergebnis ohne Streifen. Übrigens, der Painter lässt sich selbstverständlich auch mit biologisch abbaubaren Lösungsmitteln reinigen. Und bitte, perfekt, super Hochglanz, absolut streifenflag. Ja, tatsächlich. Schauen Sie, das kannst du, das kann ich und das können Sie zu Hause auch. Diese wunderschönen Muster. Unmöglich. Lassen Sie sich überzeugen. Diese Dekorations-Painter macht das möglich. Schauen Sie sich das an. Es ist ganz leicht. Zugegeben, die Farbkombination ist ein wenig gewagt. Sie zeigt aber am besten, was mit dem Dekopainter alles möglich ist. Streichen Sie einfach drüber, wenn das Ergebnis nicht ganz so geworden ist, wie Sie es sich vorgestellt haben. Und lassen Sie Ihrer Kreativität noch einmal freien Lauf. Einfach beim gleichmäßig runden Bewegungen auf und ab Holzstrukturen erzeugen. Das kann wirklich jeder. Probier's doch auch mal, Bernd. Siehst du, selbst du, mit deinen zwei linken Händen lieferst ein meisterliches Ergebnis. Aber jetzt eine Überraschung. Das ist nicht, wie der Bernd gemeint hat, ein Kamm zum Kämmen, sondern eine weitere geniale Möglichkeit, dem Anstrich eine persönliche Note zu geben. Mit kreisenden Bewegungen moderner Kunst. Es ist wirklich ganz einfach. Und wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie kostenlos diesen Dekopainter von EasyPaint Pro. Also, liebe Zuschauer, greifen Sie zum Telefon und rufen Sie mich an. Sie erhalten den Maxi-Painter mit der Stilverlängerung, weiters die Wanne mit der Farbtransportrolle, den Eckenpainter, den Mini-Painter und den Midi-Painter mit der Zusatzwanne. Und zum ersten Mal bei WS Teleshop erhalten Sie die Weltneuheit, den sensationellen Rollenpainter, der Abstände perfekt einhalten kann. Ebenfalls bei EasyPaint Pro, der Dekorationspainter für kunstvolle, schöne, kreative Anstriche. Wenn Sie also jetzt Ihren Telefonhörer nehmen und mich anrufen, dann erhalten Sie von mir das komplette Set. Ausmalen und anstreichen war noch nie so leicht wie heute. Mit dem genialen Maxi-Painter, Mini-Painter, Mini-Painter, Eckenpainter sowie den neuen Rollen- oder Dekopainter. Fragen Sie auch gleich unsere Telefonistinnen nach einer Garnitur-Ersatzkissen für EasyPaint Pro. Also, Telefon nehmen, anrufen, ich warte auf Sie. EasyPaint Pro, weil es einfach ist und schneller geht. Wir alle kennen die Probleme beim Renovieren und Ausmalen. Berge von Tröpfen, Pinseln, Rollenfolien, Klebebänder und jede Menge Schmutz. Schluss damit. Jetzt gibt's EasyPaint Pro. Das revolutionäre Streichsystem mit der hochsaugfähigen Mikrofaser-Streichfläche. Millionen superfeine Härchen speichern Farbe und geben sie gleichmäßig dosiert und streifenfrei an den Untergrund ab. Mit der intelligenten Stilverlängerung sind Sie in der Lage auch hohe Wände problemlos ohne Leiter zu streichen. Ja und sogar das Deckenstreichen über Kopf macht jetzt richtig Spaß. Mit der ultraflexiblen gepolsterten Streichfläche streichen und imprägnieren Sie Rau- oder Feinputz, Mauern- und Außenfassaden, Strukturoberflächen und Naturholzflächen wie Fensterläden oder Saunawände gleichmäßig deckend. Der sensationelle Rollenpainter ist die Lösung für Abschlüsse an Kanten und Ecken. Durch mitlaufende Rollen werden Abstände perfekt eingehalten. Linealgenaues Streichen gelingt genial einfach und ohne Verschmutzen andersfarbiger Flächen, Türdichtungen und Böden. Der Eckenpainter streicht Übergänge zweier Wände nahtlos und in einem Zug. Zum kantengenauen Streichen ohne abzukleben am Fensterrahmen ist der Mini-Painter ideal. Auch Sockelleisten an der Kante, zum Fertigstreichen an der Fläche der Mini-Painter. Streifenfreier Hochglanz bei jeder Art von Lack und Farbe. Und jetzt bei EasyPaint Pro zum ersten Mal. Der Deko-Painter für individuelle kreative Anstriche. Fragen Sie unsere Telefonistinnen auch gleich nachher.